Model Celine Bethmann ruft ihre Follower mal zum Reality-Check auf. Um sieben wach geworden, dann dachte ich so, oh, mir geht's irgendwie gar nicht gut, Hals angeschwollen. Dann bin ich wieder eingeschlafen bis zwölf, ich hab nichts gehört. Dann schon, finde ich, immer ein Zeichen vom Körper, dass der Körper irgendwie die Ruhe und Schlaf braucht. Und ich glaub auch daran, dass man sich gesund schlafen kann. Ich hab eigentlich immer zu viel Energie und höre selten auf meinem Körper, wenn er mir sagt, ich mach jetzt ruhiger. Und deswegen ist es eure, die Messer schon euch, macht es, hört drauf, es hat meistens einen Grund.